Luckenwalde, Luckenkihn, Luckenwupp dich bei Berlin, wa? Hallo, ich bin Sarah Roth. Ich bin Reporterin, neu in Brandenburg und im Podcast Luckenkihn erzähle ich euch alle zwei Wochen ein bisschen mehr darüber, womit sich die Luckenwalder beschäftigen, was die Luckenwalder beschäftigt und was hier so abgeht. In Folge 1 besuche ich den Leiter des Heimatmuseums Luckenwalde, Roman Schmidt.